Hallo Freunde, kannst du weiter für einen Bus, kannst du meine Freunde, ich will jetzt eigene Show machen, nochmal Shirin, warum nennst du das Dirty Talk mal, soll es irgendwie eine Fahrradfahren Sendung werden oder soll es Talent schon werden, was ist los mit dir Shirin, bei DSDS hast du abgelehnt, hättest du auch annehmen können, hätten wir jetzt dieses Theater mit Katja und Dieter mal, aber hast du wahrscheinlich vorher ein bisschen überlegt, ja, damit mich Dieter fertig macht, ja Leute, das ist alles für die Quote, ist doch egal, ob ich Dieter fertig macht, ja, es geht doch eh ums Geld nur, das war auch an der Katja klar, Leute, also Shirin, ich bin mal gespannt, was deine Serie hergibt, deine neue Show, musst du dir noch ein paar neue Jurymitglieder einladen, hol dir doch gleich den Lars dazu, hast du ja eh gesagt, kannst du als zweites Jurymitglied nehmen, dann suchst du dir noch zwei andere Schreiber und die bewerten dann die Songs, also ich würde das mega feiern, mach das mal, okay meine Freunde, das ist fast, ein bisschen los, aber mit glwecken, ich vergess's mal an den Punkt bis du nicht, bummene Freunde.